Als Kolka schon eine Zeit lang einem Monster namens Jan auf einer Bank am Lagerfeuer zugehört hatte und dieser nun mit seiner Erzählung endete, fragte ihn ein bis jetzt noch nicht bekanntes Monster nach seiner Geschichte. Kolka ist ein grün-braunes, wolfsartiges Monster mit Ziegenbart und zwei Armen an der Brust. Es hat große Ohren und eine lange Schnauze und geht immer auf zwei Beinen. Kolka ist seiner Meinung nach sehr mutig auf seiner Reise gewesen. Ich lebte schon mein ganzes Leben im Norden von Caldera, dem Land, in dem ich aufgewachsen bin. Ich war nie woanders gewesen, selbst mit meiner Familie nicht, als ich noch klein war. Ich habe mein ganzes Leben immer nur Schnee gesehen, Winters wie Sommers, seit ich denken kann. Es gibt nichts Schöneres als Schnee und dennoch wollte ich auch mal etwas anderes als Schnee, Tannen und zugefrorene Seen und Flüsse sehen. Aber irgendwie konnte ich mich nie dazu durchringen, von dort wegzugehen. Mit 80 Jahren, was für meine Art sehr jung ist, bin ich dann von zu Hause ausgezogen, um mein eigenes Leben zu führen. Als ich dann in die hohe Schule ging, war dieser Traum eh erst mal auf Eis gelegt. Doch nach fünf Schuljahren war ich auch endlich damit fertig. In dieser Zeit hatte ich zwar viele neue und gute Freunde gefunden, doch mein Traum, das warme zu sehen, war nie in Vergessenheit geraten. Und ich wusste auch nicht, warum. Aber irgendwie dachte ich Nacht für Nacht mehr über diese Reise nach. Irgendwann konnte ich es nicht mehr aushalten. Ich fragte meinen besten Freund Konrad um Rat. Konrad war nicht hier geboren. Er und seine Familie stammten aus einem weit entfernten Dorf und waren hierher gewandert. Keiner aus unserer Stadt wusste so genau, warum. Konrad meinte jedenfalls, dass man versuchen sollte, seine Träume zu verwirklichen. Ich fragte ihn, ob er denn einfach so gehen könne, woraufhin Konrad antwortete, dass er das niemals könne, denn sein Traum sei, genau hier sein Leben lang zu leben. Trotzdem riet er mir, falls ich mir dies wirklich wünsche, dem Wunsch nachzugehen und aufzubrechen. Trotzdem war ich mir noch nicht ganz sicher. Als ich aus seiner Hütte ging, wurde ich fast herumgewirbelt. Es war wieder soweit. Die alljährlichen großen Schneestürme setzten wieder ein. Dies war für mich der entscheidende Funke, mein Zuhause endlich zu verlassen. Ich wusste, ich würde nicht viel Zeit haben, höchstens vier oder fünf Tage. Also versuchte ich, mich durch den Wind nach Hause zu kämpfen. Kurz vor dem Ziel sah ich eine alte Monsterdame, die nicht gegen den Wind ankam. Ich überlegte nicht lange und half ihr, indem ich vor ihr herging, um den Wind zu brechen und von ihr abzuhalten. Nachdem Kolka dies gesagt hat, hält er kurz inne und ergänzt, dass er ja nicht angeben wolle, aber dass das wirklich ein sehr, sehr doller Schneesturm war, vor dem er das alte Monster gerettet hatte. Doch keines der anderen Monster erwidert etwas, woraufhin Kolka fortfährt. Als ich dann zu Hause ankam, legte ich mich erst einmal schlafen. Diese Nacht war die erste seit langem, in der ich, ohne an die Reise zu denken, schlafen konnte. Am nächsten Morgen wachte ich erst spät auf. Der Sturm hatte sich gelegt, doch jetzt war alles zugeschneit. Man konnte keine Wege mehr erkennen. Also beschloss ich, jetzt erstmal meine Sachen zu packen, da ich vorhatte, am Abend loszugehen. Als ich damit fertig war, betrachtete ich den kleinen Beutel, der nun vor mir lag, mit den wenigen Habseligkeiten, die ich mitzunehmen gedachte. Es waren nur ein Bild meiner Familie, ein Bild meiner Freunde, Essen für eine Woche in einer Box aus Eiswürfeln, etwas zu trinken und eine Karte von dem Wald, in dem wir lebten. Nach wahrscheinlich dem knappsten Mittagessen, das ich jemals hatte, ging ich raus, um den frischen Fußstapfen meiner Nachbarn folgend, meinen Freunden Lebewohl zu sagen. Ich machte eine sehr große Runde, um auch die zu besuchen, mit denen ich normalerweise nicht so viel zu tun hatte. Als ich dann wieder zu Hause war, ging die Sonne schon fast unter, also beeilte ich mich, meinen Rucksack zu holen und marschierte ohne richtiges Ziel einfach nur mit dem Rücken zum Polarstern aus der Stadt hinaus. Ich ging mehrere Tage nur in eine Richtung, immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, so schnell wie möglich wegzukommen, um dem Schneesturm zu entkommen. Nach einigen Tagen war ich so weit im Wald, dass ich die Orientierung verloren hatte. Ich wusste weder, wo ich herkam, noch wo ich hin musste. Der Weg, dem ich bis jetzt gefolgt war, war längst zugeschneit. Da ich von großen Bäumen umgeben war, konnte ich mich auch nicht an der Sonne orientieren. Also ging ich einfach immer geradeaus und hoffte, dass ich irgendwann auf andere Monster treffen würde. Eines Tages, der Schneesturm war mir schon ziemlich dicht auf den Fersen, wachte ich am Morgen neben einer großen Tanne auf. Als ich in meine Tasche greifen wollte, um etwas zum Frühstück zu essen, merkte ich, dass mein Essen über Nacht verschwunden war. Da ich mir am Abend zuvor extra noch etwas für heute Morgen zurückgelegt hatte, wusste ich, dass ich eigentlich noch etwas haben müsste. Als ich meine direkte Umgebung absuchen wollte, um zu gucken, ob ich es vielleicht nur irgendwo verloren hatte, stürzte auf einmal direkt unter mir der Boden ein. Ich landete im eiskalten Wasser. Kolka ist zwar ein Monster, das von Natur aus sehr gut schwimmen kann, aber gegen so kaltes Wasser kann sein Fell ihn nicht lange warm halten. Ich merkte schon, wie meine Hände und Pfoten immer kälter wurden und bekam es mit der Angst zu tun. Ich strampelte wie wild im Wasser, konnte mich aber an der vereisten Kante des Sees, in dem ich gefallen war, nicht festkrallen. Ich wurde langsam unter Wasser gezogen und merkte, wie meine Lungen sich mit eiskaltem Wasser füllten. Im nächsten Moment wurde mir schwarz vor Augen und mein letzter Gedanke war, dass ich niemals das Warme erreichen werde. Als ich irgendwann wieder aufwachte, lag ich auf einer riesigen Pritsche. Neben mir fackelte ein großes Kaminfeuer. Als ich mich genauer umschaute, sah ich, dass hinter mir ein großes Monster saß. Ich drehte mich auf meiner Pritsche, um es besser sehen zu können, und durch meine Geräusche merkte das Monster, dass ich nun endlich aufgewacht war. Es kam zu mir, setzte sich an mein Bett und gab mir eine Tasse warmen Waltran. Nach einiger Zeit hatte ich dem Monster namens Josef erzählt, was ich bis jetzt erlebt habe und warum ich so kurz vor den Schneestürmen alleine draußen im Wald war. Auch er hatte mir mitgeteilt, dass er mich, als er gerade seine Vogelfallen leeren wollte, ins Eis fallen gesehen habe. Nach einigen Tagen, in denen ich mich in seiner Hütte ausgeruht hatte, wollte ich mich langsam auf meine Weiterreise vorbereiten. Ich plante, am nächsten Morgen weiterzugehen und aß mich so noch einmal richtig voll. Am Abend sprachen Josef und ich noch etwas, doch dann ging ich ins Bett, da ich mich vor der anstehenden Reise noch ausruhen wollte. Als ich morgens aufwachte, stieg mir ein köstlicher Duft in die Nase. Als ich aus dem Bett in die Küche ging, saß Josef am Tisch und aß bereits. Ich setzte mich zu ihm und aß so viel ich konnte, um möglichst lange damit auszukommen. Als wir fertig waren, gab mir Josef noch etwas Hühnchen mit und kam dann noch mit raus, um mich zu verabschieden. Da sich der Sturm für kurze Zeit gelegt hatte, zeigte er mir noch, wie man in die nächste besiedelte Stadt kam. Ich bedankte mich für alles, was er für mich getan hatte und ging los. Josef hatte mich auf einen Weg hingewiesen, der genau zur Stadt führte. Kolker macht eine kleine Erzählpause, um noch etwas zu trinken und ein Marshmallow zu ergattern, bevor die anderen alle aufgegessen haben. Er steht noch kurz auf, um sich anders hinzusetzen, da sich der Wind gedreht hat und ihm nun den Qualm des Lagerfeuers frontal ins Gesicht pustet und er dadurch, ohne zu husten, seine Geschichte nicht mehr weiterführen kann. Weil er aber sehr stolz auf seine Reise ist, muss er dies um jeden Preis tun. In der nun deutlich komfortableren Position setzt er seine Geschichte fort. Nach einigen Wochen, die ich dem Weg folgte, traf ich das erste Mal, seit ich Josef getroffen hatte, wieder auf ein anderes Monster. Es war sehr freundlich und wir gingen ein Stück zu zweit die Straße runter und unterhielten uns über unsere Reisen. Es musste dann irgendwann abbiegen und ich setzte meinen Weg allein fort. Nach weiteren Wochen merkte ich endlich, dass sich die Schneeschicht verdünnte und das erste Mal auf meiner Reise hatte ich die Hoffnung, wirklich anzukommen. In meinen Träumen hatte ich immer schon die grünen Wiesen und saftigen Früchte gesehen, von denen ich gehört hatte. Eines Morgens, ich war gerade mal einige Minuten unterwegs, sah ich in der Ferne ein eine Spitze. Als ich näher kam, merkte ich, dass es das Dach einer Kirche war, also beschleunigte ich mein Tempo. In der Stadt angekommen, war ich zunächst sprachlos. Ich hatte noch nie so viele Monster verschiedener Arten auf einem Haufen gesehen. Alle wuselten herum, um sich auf den bevorstehenden Sturm vorzubereiten. Überall hingen riesige blinkende Schilder. Da, wo ich herkomme, haben die meisten Monster in kleinen Holz- oder Steinhütten mit Lehm verputzt gelebt. So also war ich von der schier unendlich großen Stadt total überwältigt. Ich ging auf ein Monster in meiner Größe zu und fragte es nach einem Geschäft, in dem ich etwas zu essen bekommen konnte. Auf meiner Reise hatte ich mich, nachdem mein Proviant aufgebraucht war, fast nur noch von Beeren und rohen Fischen ernährt. Es antwortete sofort freundlich und zeigte auf eine sehr große Straße, auf der sich sogar noch mehr Monster aufhielten. Ich ging dorthin und wurde sofort von riesigen blinkenden Schildern begrüßt, die mich förmlich anschrien, in die Geschäfte zu gehen. In einem der Geschäfte, dort ging ich als erstes hin, gab es auch etwas zu essen. Nachdem ich mir den Bauch vollgeschlagen hatte, ging ich wieder auf die Straße. Als nächstes erblickte ich ein großes Gebäude mit der Aufschrift »Alles, was du brauchst«. Das war mein Geschäft, dachte ich, und als ich eintrat, erfüllten sich alle meine Erwartungen. Ein riesiges Einkaufscenter, voll mit allem möglichen unnötigen Kram. Ich suchte mir etwas aus und wollte zur Kasse gehen, als mich plötzlich ein elefantenartiges Wesen anrempelte. Es entschuldigte sich sofort, doch erkannte ich, dass es sehr verwirrt aussah. Also fragte ich, was es suche, und darauf antwortete es mir, dass es auf der Durchreise sei und hier nur Proviant einkaufen wolle, jedoch die Kasse nicht finden könne. Da musste ich etwas grinsen und blickte auf ein sehr großes Schild mit einem Pfeil, auf dem Kasse stand. Ich zeigte ihm also den Weg und kam direkt mit, da ich nun auch fertig war. An der Kasse bedankte er sich nochmals und sagte, dass er Frank heiße und etwas hilflos sei. Vor dem Laden verabschiedete ich mich von Frank. Mit einer Stärkung im Bauch und dem Kompass, den ich in dem Einkaufscenter gekauft hatte, ging ich also weiter, eine Behausung für die Nacht zu finden. Am nächsten Morgen machte ich mich dann schon früh auf den Weg, ich dachte immer wieder an den Süden, an das warme Wasser, die grünen Wiesen und die vielen leckeren Früchte. Außerdem überlegte ich mir, dass ich am liebsten in einer kleinen Siedlung aus Monstern leben würde, die genauso wie ich zugewandert sind. Irgendwann kam ich an einem kleinen Hügel an. Als ich am oberen Ende des Hügels ankam und das Tal dahinter sehen konnte, fiel ich fast um. Ich hatte noch nie so viele Farben in der Natur gesehen. Ich sah am Hügel ein paar Tiere grasen, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Jetzt aber wusste ich gar nicht, wo ich hin sollte. Bis jetzt bin ich einfach immer dem dünner werdenden Schnee gefolgt, da ich aber auch nicht einfach nur herumstehen wollte, ging ich erstmal den Hügel herunter und setzte mich an den Bach. Nach ein paar Minuten hörte ich Stimmen, die den Fluss herabkamen. Sobald sie mich sehen konnten, begrüßten sie mich freundlich. Als sie am Ufer ankamen und mich fragten, was ich hier so alleine mache, antwortete ich ihnen, dass ich nicht wüsste, wohin ich gehen solle. Sie boten mir an, erstmal mit in ihr Lager zu kommen und da ich großen Hunger hatte, folgte ich ihnen auch direkt. Als wir am Abend im Lager ankamen, sah ich an einem Lagerfeuer mehrere Monster, einem anderen zuhören. Dennoch legte ich mich sofort in ein Bett, das mir die beiden Monster gezeigt hatten, die mich gefunden hatten. Am nächsten Morgen wurde ich von drei anderen freudigen Monstern mit einem köstlichen Frühstück begrüßt. Während ich im Laufe des Tages das Lager besichtigte, sprachen mich immer wieder neue Monster an. So entschied ich mich, für ein paar Wochen hier zu bleiben, um mich etwas auszuruhen und vielleicht andere Monster zu finden, die mit mir weiter in den Süden wollten. Am nächsten Abend gesellte Kolker sich zu den anderen ans Lagerfeuer und als er gefragt wurde, wie er hierher kam, fing er stolz an, seine lange Geschichte zu erzählen. Als Kolker fertig war, führte er sich vor Augen, dass er fast drei Monate unterwegs gewesen war und staunte über sich selber, dass er das geschafft hatte. Er wusste aber auch, dass er sein Ziel noch nicht erreicht hatte. Für ihn war es nur eine Frage der Zeit, bis er weiterreisen würde.